Da gibt es so verrückte Wunderfotos, man vergisst dort, da der Böse auch Wunderfotos machen kann. Und dass man vorher früher, heute gibt es nicht mehr so viele Wunderfotos, warum? Heute tut der Fotopat automatisch weiter aufs nächste Bild. Früher musste man drehen und zum nächsten Bild. Viele haben das vergessen, weil sie es nur mitgenommen haben, wenn sie nach 20 Jahren, oder da haben sie die Sonne und dann gab es Strahlen, es gibt es auch, wenn man ein bisschen die Sonne schaut, dann werdet ihr auch sehen. Es ist automatisch, wenn man ein Licht oder so, gibt es Strahlen hinaus oder hat man die Mutter Gottes gesehen, die Hostie da. Ich bin ein Fotografensohn, also ich weiß, es sind zwei Fotos übereinander.